So Freunde, ich möchte jetzt mal an dieser Stelle hier sagen, genau, da wir hier so wenig Geld haben, möchte ich Geld sammeln und zwar mache ich das so, dass wir jetzt auf der einen Insel, wo ich ja am meisten habe hier, die Forschung vorantreibe, also dass die halt da DNA ausgraben und so weiter und wenn die was, also wenn die was gefunden haben, dann werde ich hier wieder auf diese Insel zurückgehen und die Fossilien verkaufen und was dann noch so gefunden wurde, damit dann auf dieser Insel, wo ich jetzt, glaube ich, 4 Millionen oder so im Moment habe, naja, auf die Art denn was sammeln kann, das heißt, wir werden jetzt hier auf dieser Insel, wo ich das meiste habe, ich überspringe das mal, so, Futterstation muss auf, ja, 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 so hier habe ich 146 Millionen, alter, hier werde ich jetzt die Flieger, also nello ficken, ausgraben und so weiter und dann auf die andere Insel gehen und da dann, äh, halt die Fossilien immer wieder verkaufen, so, ähm, da können die dann erstmal hinfliegen, wo wären jetzt noch mal viel Wäsche leer, hier bei den Pflanzen, aber da ist ja auch noch, da sind noch 8 Bäume drin, sag ich mal, 8 Büffel, hier sind noch 6, ok, da sind noch 6, aber da nehmen wir bald auch noch der Ton, äh, hier noch 1, gut, das lassen wir mal auffüllen, so, ähm, 4, hier hinten, 8, 5, gut, das reichte noch, ne Weile, so, ich muss natürlich warten, bis die hier angekommen sind, das ist klar, das zählt dann halt eben nicht für die andere Insel, ähm, aber auf Forfen, können wir irgendwas forfen? äh, hier unten sind zwei Sachen, aber das ist ja noch das hier mit dem Generator und überhaupt, hm, und hier unten ist dieses Bravo-Thema und da brauche ich dann auf, äh, genau, das kriege ich erst, wenn ich 5 Sterne bei Isla Murta habe, wow, das ist echt viel, die Gen-Forschung, ja, ach, das war das hier mit dem Aggressivverhalten, ne, ach, die ist auch nicht aggressiv, warum? das macht doch für mich gar keinen Sinn, ne, ich mach das hier mal, so, also, Leute, ne, ich werde das jetzt zusammenschneiden, ich werde hier kein Gebäude bauen, nix machen, nur halt hier, den Flieger losficken, warten, bis er kommt, wieder losficken, warten, bis er kommt, und dann halt immer wieder auf der anderen Insel die Sachen verkaufen, damit da das Geld reinkommt, also, ich würde das ein bisschen schneiden, damit es für euch nicht zu lange dauert, und, ja, wie das im Ganzen aussieht, so, das sehen wir hier gleich, ich, äh, zeige euch jetzt erst einmal, was dir, wenn Dinge schief gehen, an wen wendet man sich? Keine Ahnung, schon geahnt, also sehen Sie diesen Auftrag als Teil unserer Allzeitbereitschaft an. Jaja, wenn sowas kommt, wenn wir Fossilien finden, okay, das kann man annehmen, aber sonst halt eben nix, wow, alter, gucke ich euch das hier mal an, drei neue Sachen, gut, äh, so, das ist gut für die, ja gut für die eine, äh, der ist ja neu, den müssen wir halt dann machen, aber, der ist dreimal hier, ein, zwei, dreimal da, 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 das überall, alter, äh, okay, muss ich mal sehen, so, äh, ich schick den erst mal wieder los, so, verkaufe, das auf der anderen Insel, und dann, gehe ich wieder hierher, und so weiter, hin, her, springe immer noch her, also wie gesagt, ne, ich kaufe nix, und so weiter, und, ja, dann, äh, seht ihr das, wie ich das immer von der einen Insel zu anderen Insel geschnitten habe, gesprungen bin, und so weiter, damit das nicht zu lange dauert, äh, zu lange dauert, also dann, ja, viel Spaß dabei, oder auch nicht, ha, 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 ja, ich mach dann erst mal hier weiter, und so weiter, für dich, jeden Tag, die Zeit von Reiden vom He4, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020